Ah! 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 Oh, habe ich das verpasst? Dir war Ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Oh! Still! Ich habe ihn! Dein Messer, Junge! Riesig sind die. Boah, aber ich setze mal, das sind die Wächter. Oder sind die alle... Na doch, die sind ja alle etwas größer. Aber der war ja nun mal richtig süssig. Warte mal. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nee. Oh! Das ist so... klebrig! Noch einer! Zurück! Das liegt! Ja, wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Klar. Aha, das Licht von Alfheim. Na gut. Da, wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Spreng, Junge! Ja! Pass auf! Da sind sie. Bleib hinter mir, schütze unsere Flanke. Jawohl! Ja! 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 Aha! Aua! Ai, 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 ai. Nichts, aber egal. Geh es weiter, Junge. Ich mache uns den Weg frei. Geh klar! Noch nicht! Verkürze die Zeit zwischen deinen Schüssen. Nicht Präzision geht vor Tempo? Es sind viele Ziele. Du schießt nicht vorbei. Ein schmaler Weg gleicht die Überzahl aus. Konzentrier dich. Ein Schmaler Weg. Ein Schmaler Weg. Junge! Bist du verletzt? Nein! Wow! Es ist wunderschön! Das Licht! Es lässt den ganzen Tempel erscheinen! Es ist die Quelle von allem! Hey! Es... es singt! Ich höre... ich höre sie! Ich hab's dir doch gesagt! Ist sie denn da drin? Erstmal ausprobieren! Äh... das hat wehgetan! Als würde meine Hand brennen! Bleib hier! Aber ich will... Hier! Setz sie nur im Notfall ein! Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten! Sie ist kein Geschenk! Trotzdem! Auszuhalten! Auszuhalten! Oh! Ah! Eish! Was ist das? Ähh... Schattenwelt nehm ich mal an. Was ist das? Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Ich kenne ihn nicht und er erkennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Er spricht nicht mit mir. Bringt mir nichts bei. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Aber ich meine das nicht so. Ich habe ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Er kann es doch sein. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Ich weiß, dass du da bist. Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun. Du warst gefangen. Ich habe gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück. Also zog ich dich raus. Junge! Ich war nur einen Moment... Furt. Furt. Nein! Du warst sehr, sehr lange, Furt. Ich musste nicht weiter. Du hast nicht verlassen. Mal wieder! Furt. Bin ich dir egal? Ich? Das ist unmöglich. Ich anscheinend doch nicht. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Ja. Ob der noch welche übergelassen hat? Alter, der hat ihren Schlag... Sieh nur! Der Ausgang! Aber das kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Wow. Junge! Dein Bogen! Halt ihn hoch! Auf mein Zeichen schießt du den Pfeil in den Stein. Ha! Geklappt! Jetzt können wir unseren Rückweg antreten. Komm! Hm? Die Treppe ist blockiert. Hm. Da vorne ist ein Lichtkristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Tja, wird wohl schon irgendwie funktionieren, Atreus. Ist klar, dass er jetzt stinksauer ist. Für ihn waren Sekunden für Kratos und für seinen Sohn. Wahrscheinlich wieso wieder da aussah. Stunden! Ja. Das müssten Stunden gewesen sein. Überleg mal, was der da alles angeschlachtet hat. Halleluja! Vier! Na gut. Hier war nix hinter, ne? Nein. Jetzt guck ich trotzdem mal. Ne. Da waren wir. Ne, hier ist nix. Das ist nichts mehr. Da waren wir jetzt auch nix. Ja, ich will alle Artefakte finden. Das ist, äh, warum ich mich jetzt hier so umgucke. Ja. Hm. So, jetzt können wir. Deinem Wunsch entsprechend. Ja. Beide weggeholt. Da ist noch einer. Ne, Atreus ist schon in Ordnung. Ich komm soweit klar. Halt. Halt. Ne. Ja gut. Zwei Stück. Kleine Truhe. Große Truhe? Drei. Hier ist nichts. Aber das hier keine, äh, Relikte. Normalerweise an so Stellen liegen immer gerne Relikte. So. Oh nein. Ich seh auch nichts. Joaah~~ Jaa.. Jaaa.. Jaaawool. Haaaaaaah! Boaah. Eisschaden. Boa, und du die guten Lichtalpen hier we quelques. Könntchen. Wo ist der noch da? Dann mach es. Ja. Machen wir uns auf den Socken. Sehr gut. Unaufhaltsame Aura. Ja, ich hab jetzt hier alles durchsucht. Also hier ist nichts. Nee. Achso. Ja, komm, ich bin mein Freund. So, wo war das jetzt? Muss man hier lang, oder? Wo muss ich jetzt lang? Ah, hier. Ja. Aber hier war ja auch nichts. Und ich hab jetzt auch nichts mehr gesehen. Hier geht's auch nicht weiter. Ah, hier geht's eben dann nochmal auf den Socken, oder? Oh, das geht in die Wand rein. Jawohl. Oh. Oh, wer weh. Was ist von hier, ne? Hm, eingelegtes Wappen der Ausdauer. Wie war es denn eingelegt? Süß oder sauer? Ja. Ne, gut. Wo bringst du den denn hin? Ja. Hier, Junge. Mhm. Na? Neues Wissen, aus dem Licht werden wir geboren, ins Licht kehren wir zurück. Das Licht ist der Fluss der Seelen, der uns verwandelt, uns verschluckt und der Leben und Tod durchzieht. Das Licht ist die Wahrheit, das Licht ist alles. Alles klar. Das Licht klingt großartig, aber vielleicht macht es uns auch einen verrückt. Hm, Licht kann auch für den Planen, das ist richtig, da muss ich ja zugeben. Boah, so richtig kreddes Licht mag ich eigentlich gar nicht, ne. Willst du den überall hin mitnehmen? Vielleicht schon. Atrius. Oh, sieh nur, die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich denn da rankommen? Wirst du mal sehen. Oh, jetzt werden wir erstmal hier hoch. Zack. Oh, komm hoch. Und Hoppy. Oh nein. Stillt euch schon mal drauf ein, dass das länger dauert. Auf jeden Fall. Ja. Da mach ich jede Wette mit. Oh Gott. Ja, da, 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 wenn er ich mich zugepasst. Das hat zehn Minuten gedauert. Ja. Das war's. Und da sauber. Ich hab hier beim allerersten... Wenn ich deine Meinung brauche, frage ich dich danach. Wirklich ernsthaft, ich habe zehn Minuten gebraucht, ja. Oh. Was ist das? Komm, jetzt Sachen. Nee, Axel. Hm. Jetzt hab ich echt gedacht, ich hätte da was Gutes gefunden. Aber nö. Da ist wirklich hier nichts. Hm. Da werde ich wohl was vergessen haben. Ja. Nehme ich mal an. Auf jeden Fall. Ja, er ist, ach so. Ach, Mist. Mann, jetzt hab ich Mist gemacht. Ja. Was hab ich plötzlich gemacht? Ach. Oh, komm. Zack, zack, hol die Katz. So ist es denn jetzt, Alter. Ist das andere? Etwas tiefer. Oh! Ja, super. Zurück. Atreus, Atreus, Atreus. Ja, also langsam wird er ungültig. Ja. Jetzt kannst du die Schale erreichen. Aha. Naja. Nee, solange er die Schale noch nicht erreicht hat, werde ich mal alles hier durchsuchen. Ja. Nee, ich find's nicht. Äh, ach so. Ja. Oh Gott, jetzt wird ihm das schon... Also, es ist doch eine Tür. Ja. Ein Türchen. Tür gehen hin, Tür gehen her. Tür gehen kreuzen, Tür gehen quer. Gut. Die Lichtalben. Ich sehe niemand anders, wenn man nur das... Wahrscheinlich nur das Licht. Vielleicht existieren die nur deswegen, weil das Licht da ist. Und wenn das Licht dann verdunkelt wird, kann ich mir vorstellen, dann werden die schwächer. Ja. Na toll, der mit dem Hörnern ist wieder da. Was will er denn jetzt? Ach, der Hammerwerfer. Ja, ich... Ich hasse den Kerl. Der wird zurückkommen. Ja. Moment. Wir haben doch hier noch... Sekündchen. Müssen wir wirklich wieder hier runter? Siehst du einen anderen Weg? Nein. Also. Den Sandschalenaufzug benutzen. Ah. Aber ja, hat sich doch... Da sind doch bestimmt jetzt die Tore auf. Ja. Hab ich's mir doch gedacht. Ah. Wo? Drei. Ich sag' da, irgendwo hab ich einen vergessen. Ich wüsste auch jetzt nicht wo. Aber hier komm ich auch nicht rein. Nee. Naja. Womps. Reingebrettet. Aber hier... Von hier aus geht das nicht wieder nach oben. Ich weiß. Ja. Lass mich mal hier gucken. Ich weiß, das ist, äh... Ich weiß, das ist, äh... Aber irgendwo hab ich irgendwas vergessen. Ja. Ich kann mich dünkel dran erinnern. Aber... Na gut. Ist ärgerlich. Ja, für mich ist das ärgerlich. Moment. Warte mal. Da nicht. Aber hier. Genau. Na toll. Jetzt seh' ich kaum noch was. Es gibt Licht. Das muss reichen. Nicht zu schnell für deine Art. Ja. Wo sind die jetzt? So. Erste ist weg. Vielleicht ist dann noch eine. Komm schnell hin. Ja, ja. Oh nein. So sieht das aus. Oh. Oh. Jetzt drehen wir hier noch die Murmel ab. Yes. Kommen wir die Dame auf. Würdest du das nicht nach oben halten? Könnte ich sehen, wohin ich schieße. Nutze deine Ohren. Pass dich an. Mach ich ja. Hier. Ach. Irgendwo müssen wir jetzt so einen Stein erkriegen. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Nein. Muss ich da tatsächlich zurück den Stein wiederholen? Oder ist hier woanders einer? Oh oh oh. Ah oh. Ah ah ah. Tschüss. Ja ja, gut. War nett, dich kennengelernt zu haben. Irgendwo muss da so ein Block Neuenstein sein Halt Oh oh Na, wundersamerweise Achso, das ist der Stein Jetzt gucken wir erstmal weiter hier rein Ja So, hier haben wir nichts So, hier liegt noch was Ist das überhaupt was? Jo Nummer 4 Oh, ja, die Phase wird noch schlimmer Mhm Da graut's mir auch nicht vor Absolut Ja, ne, ehrlich Da graut's mir wirklich schon vor Willst du den Kristall auch wieder überall mit hinnehmen? Wenn es sein muss Ja, nehme ich mit nach Hause Das stelle ich mir auf den Nachttisch Auf jeden Fall Guti gut So Ist das nicht nett? Ja Ist doch blendend Ach du Schande Oh yeah Na gut Stellen wir das Ding mal da rein So Atrius Oh B F F Und ein Naja Ein W Sag ich jetzt mal Äh Fangen wir mal Ach halt Fangen wir mal Ratte mal mit Rosendal Gut Oh Oh Dann mach ich damit So Scheiße Sag mal Naja, jetzt warte ich mal Bis halt vorbei ist Ja So Die Seite war schon mal Auf Die auch Ja Ja, sauber Gut Äh Okay Warten wir mal ab Äh Es gab Schlacke Doodle Diddle Da So haben wir sonst noch irgendwas hier Nee Aber Wie es weiter geht Seht ihr Wenn es Licht angeht Also bis gleich Bis gleich